Book 2 49 Sport Treibst du Sport? Ja, ich muss mich bewegen. Ich gehe in einen Sportverein. Ich gehe in einen Sportverein. Wir spielen Fußball. Manchmal schwimmen wir. Oder wir fahren Rad. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Und es gibt einen Golfplatz. Was gibt es im Fernsehen? Gerade gibt es ein Fußballspiel. Gerade gibt es ein Fußballspiel. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die Englische. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die Englische. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Im Moment steht es unentschieden. Im Moment steht es unentschieden. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Tor! 1 zu 0 Tor! 1 zu 0 2 zu 0 Du kannst ihn nicht mehr geben. Vielen Dank.